Hallo, mein Name ist Dirk Zupanzes, ich bin Privatdozent an der Universität St. Gallen und selbstständiger Professor für verschiedenste Strategie- und Vertriebsthemen, Wachstumsstrategien, Key Account Management, Value Selling, Lean Selling und das Thema Führung. Eines meiner Leidenschaftsthemen seit vielen Jahren ist das Thema Key Account Management und das biete ich mit Euroforum seit vielen Jahren auch als Intensivseminar an, strategisches Key Account Management mit einem optionalen dritten Tag, aber im Kern bestehend aus zwei Seminartagen zusammen mit mir und Praxisreferenten. Grundlage dieses Seminars ist ein Buch Spitzenleistungen im Key Account Management, das St. Galler Kamm Konzept, was ich mit zwei Kollegen aus St. Gallen geschrieben habe, mittlerweile in der dritten Auflage erschienen. Sie werden dieses Buch im Seminar auch erhalten als Arbeits- und Nachschlaggrundlage. Aber in den zwei Tagen Seminar werden wir intensiv daran arbeiten, Ihr eigenes Key Account Management auf den Prüfstand zu stellen oder ein eigenes Kamm Konzept für Ihr Unternehmen zu entwickeln. Im Kern dieses Seminars geht es um das sogenannte operative Key Account Management. Damit meinen wir alle Tätigkeiten, die eine Key Account Managerin oder ein Manager zusammen mit ihren Teams erledigen müssen. Es startet mit der Analyse, wir nennen das Screening der Kunden und der Geschäftsbeziehung. Es geht weiter mit der Strategy, also eine kundenindividuelle Strategie, die man entwickeln muss. Es geht darum, Solutions für Kunden zu entwickeln, also individuelle Leistungspakete. Es geht darum, die richtigen Strukturen, also Structure aufzusetzen und die Skills im Team zu entwickeln. Und es geht darum, das Ganze zu kontrollieren. Wir sprechen hier von einer Scorecard, von einem Dashboard oder von einem Cockpit. In diesem Seminar erhalten Sie Instrumente, Tools, viele Praxiserfahrungen, viele Tipps und Hinweise zum operativen Kamm, also die tägliche Praxis der Key Account Managerin oder des Key Account Managers. Sie erhalten aber auch Handlungsanleitungen, wie Sie Ihr eigenes Unternehmen auf den Prüfstand stellen können, die Rahmenbedingungen richtig aufsetzen können. Wir nennen das Corporate Key Account Management. Bei Interesse am Thema Kamm würde ich mich sehr freuen, Sie in diesem Seminar begrüßen zu dürfen und freue mich auf ein Treffen dort und die Zusammenarbeit. In diesem Sinne, Ihr Dirk Zupanzis.